für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Stellen Sie sich mal vor, eine Frau geht einkaufen und beim Bezahlen nimmt die Kassiererin die Zeitschrift und reißt erst einmal ein paar Seiten raus. Dann behält sie eine von vier Bananen und vom Kuchen bekommt die Frau auch nur drei Viertel. Der Mann hinter ihr an der Kasse hingegen bekommt den ganzen Kuchen. Das hört sich jetzt absurd an, aber dieses Bild ist nicht meiner Fantasie entsprungen. Es ist aus einem kurzen Video der EU-Kommission, das auf unkonventionelle Weise darstellt, was bei uns traurige Realität ist. Denn Frauen verdienen in Deutschland immer noch weniger als Männer. Es ist also an der Zeit, dass wir gemeinsam diese Entgeltdiskriminierung beenden, denn Frauen verdienen mehr. Entgeltdiskriminierung funktioniert oft unmittelbar und direkt, z.B. wenn eine Abteilungsleiterin als Nachfolgerin von einem Mann mit gleicher Qualifizierung und derselben Berufserfahrung 300 Euro weniger verdient. Hier wird der Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit missachtet. Das ist ungerecht und das ist auch nicht akzeptabel. Schwieriger aufzudecken ist die mittelbare Entgeltdiskriminierung, wenn es also um den gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit geht. Sie verbirgt sich in Regelungen, die nicht zwischen Männer und Frauen unterscheiden, aber dennoch auf Männer und Frauen unterschiedlich wirken. Und besonders diskriminierungsanfällig sind dabei die Kriterien, mit denen Arbeit bewertet wird. Wenn ein Mann beispielsweise auf dem Bau Steine schleppen muss, dann wird diese Kraftanstrengung selbstverständlich bezahlt. Das Heben und Umbetten als körperliche Belastung bei Frauen in der Pflege hingegen nicht. Und auch die emotionalen Belastungen beispielsweise in Frauenberufen werden häufig nicht bewertet und somit auch nicht bezahlt. Entgeltdiskriminierung ist also Realität, obwohl im Grundgesetz, im AGG und auch im Europarecht die Gleichstellung und das Verbot der Entgeltdiskriminierung verankert sind. Und damit muss endlich Schluss sein im erst 21. Jahrhundert. Selbstverpflichtungen und Freiwilligkeiten haben zu nichts geführt. Die Entgeltlücke ist sogar noch größer geworden. Und deshalb fordern wir Grünen heute mit unserem Antrag ein eigenständiges Gesetz gegen Entgeltdiskriminierung. In einem ersten Schritt sollen die Tarifpartner und die Betriebe verbindlich überprüfen und nachweisen, dass tarifliche und nicht tarifliche Entgeltregelungen diskriminierungsfrei ausgestaltet sind. Das reicht aber nicht aus. Die Betriebe und der öffentliche Dienst müssen auch die Umsetzungspraxis überprüfen. Denn die Anwendung darf vor Ort nicht wieder zu neuen Diskriminierungen führen. Und bei der Überprüfung setzen wir, anders wie die Bundesministerin, auf analytische Arbeitsbewertungsverfahren. Entscheidend ist, dass die Kriterien transparent und nachvollziehbar sind, die Tätigkeiten ihrem Wesen nach beurteilt werden und die Kriterien somit diskriminierungsfrei gewählt sind, also endlich für Frauen und Männer gleichermaßen gelten. Bei Überprüfungen alleine wollen wir es aber nicht belassen. Selbstverständlich müssen entdeckte Diskriminierungen auch beseitigt werden. Und deshalb soll die Antidiskriminierungsstelle des Bundes eine Kontrollbefugnis erhalten. Wir brauchen auch Sanktionen und insbesondere auch ein Verbandsklagerecht. Denn wir brauchen ein wirksames Gesetz und keinen zahnlosen Tiger. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, im Gleichstellungsbericht Neue Wege, gleiche Chancen steht die Überprüfung von Arbeitsbewertungsverfahren im Fazit. Wir Grünen haben mit unserem Antrag diese Vorschläge konkretisiert. Wir nehmen also die Autorinnen ernst. Dies erwarten wir jetzt auch von der Bundesregierung. Denn Frauen verdienen mehr. Vielen Dank.